dann ist das jetzt der zeitpunkt um damit anzufangen raus ich habe auch ein cousin in new york der kann eben auch mit mir sehr gut reden because i speak english in this way and when i am in new york new york so then i speak with the people and it's it's quite a fluently yeah when do you know brasil a gente fala comigo porque eu consigo falar portugues que te passa compadre que venga por acá que non tenga miedo venga vamos a tomar una cervecita por ahí du hast lust auf knackige erdbeeren dann komm rein und bring die sahne mit ich erfülle deine wünsche besuch mich im chat who are you talking about you two just just a kid we met so 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 so